Principe ist die nördlichere der beiden Hauptinseln von Sautom und Principe. Sie bildet gleichzeitig mit umliegenden kleineren Inseln die Provinz Principe sowie den Distrikt Pagü mit der Hauptstadt Santo Antonio. Der Flughafen Principe liegt im Norden der Insel. Die prinzipinsische Sprache, die ursprüngliche Sprache der Insel, ist vom Aussterben bedroht und wird weitgehend durch die Standard-Portugiesische Sprache verdrängt. 2012 wurde die Insel in die Liste der UNESCO-Biosphärenreservate aufgenommen. Geografie Die Insel liegt Äquatorna, westlich von Afrika im Golf von Guinea, etwa 150 Kilometer nord-nordöstlich der Insels-Autom. Die Fläche der Insel beträgt 136 Quadratkilometer, die der Provinz 142 Quadratkilometer. Der Pico de Principe ist mit 948 Meter die höchste Erhebung der Insel. Es leben etwa 5000 Menschen auf Principe. Geschichte Als Entdecker der Insel gilt der portugiesische Seefahrer Joao de Santarem. Er handelte im Auftrag des Kaufmanns von Nao Gomes, welcher vom portugiesischen König Alfons V. Das Recht erworben hat jährlich 100 Leguas afrikanischer Küste im Namen der portugiesischen Krone, jedoch auf eigene Kosten, zu erkunden. Er entdeckte Principe am 17. Januar 1472. Zunächst wurde die Insel Santo Antonio oder auch Antau genannt, 1502 erhielt sie ihren heutigen Namen. Fauna Folgende Vogelarten sind auf Principe endemisch. Der Principe Zwergfischer, der Prinzen Drossling, der Hartlautnektarvogel, der Silberbrillenvogel, der Prinzenweber, der Prinzenglanzstar und die Principe Drossel. Kleine Inseln Ilhoi Bombom, Ilhoi Carrico, Tinghosa Grande, Tinghosa Pequena, Gemeinden Santo Antonio KW 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 Vielen Dank.